Ich bin Claudia Stein und ich bin die Solo-Flötistin der Staatskapelle Berlin. Als ich zehn Jahre alt war, brauchte man im Jugendorchester eine Flöte. Und in dem Moment, als ich sie spielte, fühlte es sich richtig an. Wenn ich auf die Bühne gehe, werde ich ganz ruhig. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und als meine Eltern mein musikalisches Talent entdeckten, haben sie sich sehr bemüht und mich ermuntert, das weiterzumachen, um mir ein Leben fern von jeglicher Parteidoktrin zu ermöglichen. An Berlin ist das Besondere, dass man leben kann, wie man möchte. Mein Lieblich war nachелisch, wie man gewannmü踏инг, wobei ich bin was. Ich bin aus dem Moment. Ein Lieblich war – ein Leben wohnen cooler Freundsk fashion. Ich bin aus dem Moment mein Leben, ich bin aus dem Moment. Mein dungeons Leben. Ein Zettelles, Running вполне. Ich bin aus dem Moment. Ich bin aus dem Moment. Das kann es immer und sinnремisch sein, über das이�hmelinvestaussteiny但 ransomwertig. Untertitelung des ZDF, 2020